Die Handwerkskammer Koblenz ist die Selbstverwaltungseinrichtung des Handwerks im nördlichen Rheinland-Pfalz und damit Partner von 19.500 Betrieben. Die Koblenzer Handwerkskammer zählt rund 250 Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende in ganz verschiedenen Bereichen. Michelle Unger und Joshua Wörstdörfer sind zwei von ihnen, die im Rahmen eines Projektes ihre Arbeit und den Arbeitsplatz vorstellten. Ich bin Joshua Wörstdörfer, bin im ersten Ausbildungsjahr der Handwerkskammer, mache meine Ausbildung als Informationselektroniker für Bürosystemtechnik. Zu meinen Aufgaben gehört Computer zusammenbauen, Computer auseinanderbauen, reparieren. Bin auch für den Support zuständig für dieses Ticketsystem. Wenn Anfragen kommen bei uns, ob was repariert werden muss oder ob softwaremäßig was installiert werden muss, bin ich auch dafür zuständig. Ich gebe die Aufgaben ans Team weiter oder bekomme Aufgaben vom Team, bin natürlich auch telefonisch erreichbar und sorge für Rundum-Kommunikation im Handwerksbereich. Mein Name ist Michelle Unger, ich bin Azubi im dritten Lehrjahr für die KV für Büromanagement, zurzeit hier in der Weiterbildung tätig. Und ich verwalte die Kurse und die Anmeldung für unsere kaufmännischen Seminare. Wir haben im Rahmen des Projektes Handwerk attraktiv das Seminar gehabt, How to make a clip. Und zwar ging es darum, einfach zu lernen, wie man so einen kleinen Imagefilm über seinen Betrieb selber und den Ausbildungsberuf erstellen kann. Herzlich willkommen in der Handwerkskammer. Wir fördern die Interessen des Handwerks, führen die Handwerksrolle, regeln die Berufsausbildung, sind zuständig für die technische und betriebswirtschaftliche Förderung der Meister und Gesellen und unterstützen unsere Mitglieder durch die Rechts- und Betriebsberatung. Heute stellen wir euch die Berufe der Kauffrau für Büromanagement und des Informationselektronikers vor. Los geht's! Für den Clip hatten die Lehrlinge vier Stunden Zeit, in denen Botschaft und Ziele definiert werden mussten, das Konzept in ein Drehbuch überführt und schließlich mit dem Smartphone gedreht wurde. Zum Abschluss standen der Schnitt und die Nachvertonung an. In kurzer Zeit entstanden informative und authentische Kurzfilme. Der Ausbildungsberuf zur Kauffrau für Büromanagement bei der Handwerkskammer zeichnet sich aus durch die Vielfältigkeit in den Einsatzgebieten, den Kontakt mit Kunden und die Betreuung der Mitgliedsbetriebe und der Auszubildenden im Handwerk. Zuverlässigkeit, Organisationstalent, Redegewandtheit und Interesse am Verwalten im Handwerk sollte man für den Beruf auf jeden Fall mitbringen. Zur Ausbildung als Informationselektroniker für ein großes Tipptechnik bei der Handwerkskammer zählt. Teamarbeit, organisatorisches Arbeiten am Arbeitsplatz, Kundenfreundlichkeit und natürlich ein Faible für Technik in allen Bereichen. Mehr Informationen zu den Leistungen der Handwerkskammer Koblenz im Internet unter hwk-koblenz.de Hier gibt es auch einen Überblick zur Nacht der Technik, die am 10. November in den HWK-Zentren an der Augusthorstraße im Koblenzer Industriegebiet stattfindet.